Das ist ja für mich etwas ganz besonderes und wenn ihr mich hier anseht, dann merkt ihr, dass ich auch schon ziemlich alt geworden bin, 90 noch nicht, aber 83. Wenn ich jetzt noch 60 wäre, würde ich eine ganz tolle Ansprache haben, aber mit 83 reicht es Dankeschön zu sagen und ich hab ja all die Arbeit gern gemacht, das war mein Herzblut. Ich mach lieber Musik als Reden.